so meine lieben hier bin ich wieder mit einer neuen folge unserer kleinen farm hier und alter guck mal den nebel an hier wahnsinn man kann ja die nächsten häuser gar nicht mehr hier kennen die nächsten hütten und überhaupt gut ich geh mal hier durch mr gettys hey i heard we had another incident with the laramie boys yeah there was an incident herr herr ein bisschen ich habe viel investiert in diesem Ort und nicht nur die Land aber meine Familie es ist schwer zu erklären ich verstehe ich mache mein best für dich sicherlich ich weiß dass du wie ist deine Familie? einfach gut ich sollte wahrscheinlich zurück ja ich weiß wie es ist okay okay I guess better sure, I'm just tired I know Was ist das? Gute Nacht von Boy Oh, das brennt Heilige Möge Heilige Möge Heilige Möge 2 auf 1 ist der Gamer Ich habe eine Karte für deine Karte Lass runter! Moment, Moment, ja. I know you can handle yourself. Go get your guns and head out. Guns? Oh, don't play coy with me, son. We need your help. I don't care what you used to do or what your name is. This is the land of second chances. Understood. Okay. Come in, it's me. What was it? Mr. Getty's cattle was taken. God, I'm sorry to hear that. What are you doing in that thing? Mr. Getty's been real good to us. We... I... What are you doing? My job, Abigail. My goddamn job. I'll lead the way. This is going to be the last we hear out of them. Well done. It's going to be the last time. Before it's alive. Come on. Ya, ya. Run. Yeah. Right. Yeah. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Okay, if you say so. Easy. That's the place up ahead. There's our cows. A couple of guards out front. A couple more outside I imagine. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt. Ja, es gibt viele Schäuern. Ich gehe direkt in. Ja, Tom. Du gehst da und versuchen, uns ein paar Begriffe zu geben. Abe, du versuchen, zu flanken den Ort, und aus der Rückseite. Ich gebe dir einen Moment oder zwei, dann gehe ich in. Ja, Sir, Abe. Hey! Hey! Ihr boy hat sich auf den Tronghorn. Ich dachte, ich würde hierher kommen. Ihr seid so schwer. Komm mal mit mir. Du bist hier, um ein Begriffe zu machen? Du bist zu lange, Partner. Ja, Tim. Du kannst schießen. Ich habe Zeit, schau mal, Tim. Ich habe Zeit, schau mal, Tim. Ich bin okay. Ich habe es schon mal. Ich habe es schon mal. Ich bin okay. O, ich habe es schon mal. Wie ist das hier, wieder richtig geballert werden? Hahaha. Wie ist das hier, wieder richtig geballert werden? Ups, da füllt ein Brett. Ich bin ein Bus. Moment. So, der ist unten. Und der hat sie auch hingelegt. Da hinten ist noch einer. Ich versuche es mal von hier an. Ich versuche es nicht. 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 Ich muss die Rücken. Was ist noch jemand hier drin? Kabom! Da fiel er um. Ich sehe dich, Mildon. Du wirst schlafen, was du getan hast. Du wirst alles bezahlen. Du und deine Wälder. Die Ex-Fellum schraubt meine Füße. Ich habe das. Deine Jungs nehmen Kattel. Ich sehe dich da oben. Hey! Hey! Ich weiß, du bist hier drin. Wo versteckst du dich da oben, hä? Oder doch nicht. Du alter Dönmensch, du. Au, 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 au. Oh! Was ist da, ne? Ja. Sieht, sieh die Stücke von dir aus! Farnhand! Und da ist irgendwas oben? Boah, ich kann nicht laufen. Das ist so langsam. Mhm. Naja. Ich behalte das. Okay, dann reiten wir zurück. Arbeit ist getan. Haben wir diesen Idioten auch gekriegt. Eifert, wo war das denn hin? Ding, ding! Ich habe das mit dem Lied. Ich habe das mit dem Lied. Aber das ist nicht so schlimm. hey you're back you did real well mr milton this man can really fight save the whole place you oh you you saved my no need to say nothing sir just doing my job now i don't think they'll be back tonight but how about abe just in case you stay up yep see anything hear anything you fire that rifle three times three times we'll all come running we'll do well said and thank you mr milton truly just glad to be a service sir i understand you get some rest thank you mr gettys what 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 choice did i have just answer me that what was i supposed to do mr jim mr jim hey there's a telegram messenger for you over there it near the house there is okay thanks hey what do you think you want i have no idea but i doubt someone wants to give me a big pile of money this is how many times we have to give me a big pile of money if we know some of them that is something that is crazy it doesn't matter if it's a rabies or something but i think i don't think that was true so many times that'd be a rabies stuff so many times that i don't think so Entschuldigung, Herr, ich bin Jim Milton, hörte du dir ein Telegram für mich? Ja, hier, da ist es. Danke. Jim, stopp. Wenn du der J.M. an, stopp. Es ist Sadie Adler, ich habe etwas zu diskutieren. Hey, good, meet me in Saloon and Valentine, in their most days, stopp. Sadie Adler, I'll be damned. Die gute alte Sadie. Was hat die denn jetzt in Valentine verloren? Und ist sie überhaupt alleine oder wird noch jemand bei ihr sein? Guck euch mal da hinten so schön die Berge an, das ist herrlich. So schönes Wetter heute hier wieder mal. Die Alpen da hinten. Ja, und wir müssen hier arbeiten. Aber wir tun es gerne. Immerhin kriegen wir Geld dafür. Dann können wir davon dann was zu essen kaufen oder was auch immer. Was laberst du da? Nichts für mich, ne? Nö. Okay. Ja. Okay. Dann reden wir mal mit. Hätte ich von beinem gesagt mit Sadie. Nein, erstmal hier mit Abigail. Sie ist wohl nicht da. Er sagt nicht, dass sie abgehauen ist. Ja. 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 Ich habe viele Probleme von ihrem eigenen. Aber das ist eine andere Geschichte. Hör, ich habe dich gebeten, aber es scheint nicht zu machen. Ich habe versucht, alles, was ich weiß, um dich zu entwickeln. Und du wissen, dass ich dich liebe, aber dich liebe, bedeutet, dass ich dich nicht so machen kann. Mal nach Mal, wir mussten wir durch deine Verhältnisse und deine Entscheidungen. Wir haben ein Kind. Ich habe ein Kind. Und ich liebe unseren Sonnen genug, dass ich ihn nicht mit ihm sein kann, während du so bist. Ich hatte so viele Räume, John. Ich hoffe, dass du verändert. Wir haben alle gesehen, was passiert mit ihnen, was nicht. Aber du... Part von dir ist hellbent auf enden auf die gleiche Weise. Ich liebe dich zu viel, um das nicht mehr zu sehen. Abigail. Das hat sie bestellt. Wo ist deine Frau, Milton? Ähm, sie ist weg. Ich habe sie mit dem Kind. Und die Kugeln. Was ist passiert? Du bist verabschied, Herr Dickens? Nein. Das macht mich nicht. Was hat sie gemacht? Du hast dich mit einer Showgirl? Du hörst über dich, mehr Kollegen, bei Strawberry? Wer bist du, Jim, Milton? Ich bin ein Familie. Ich bin ein Mann. Ich kann eine Kugeln. Natürlich. Die Leute haben mich geschaut. Ich bin nur interessiert, das ist alles. Das ist nichts interessiert. Unless du findest, dass du mit einem Mann verabschiedst, dass du deine Zeit verabschiedst. Ich glaube nicht. Es gibt Arbeit zu machen. Unless du auch gehst. Ich bin nicht weg. Ich bin hier bei der Arbeit. Ich habe Geld, was sie will. Was sie will? Sie will ein Ort. Sie will ein Ort. Sie finden einen Plot in Beatrice Ho. Du? Du? Ein Ränscher? Du wirst sterben. Wahrscheinlich. Bleib dir selbst auf. Bleib dir selbst auf. Geh deine Meinung weg. Ich gehe zur Arbeit zurück. Ja, Freunde. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Frau ist weg und Kind ist weg und... Ja. Dann erstmal... Muss ich mich erholen und... Dann sage ich bis zur nächsten Folge. Danke und... Bye, bye.